Joachim Ringelnatz Die wilde Miss vom Ohio Ich rede von einem jener Gott- und Menschen verlassenen Eisenbahnpunkte, wo normale Fremde den Verstand verlieren, wenn sie nicht Schlafvirtuosen sind oder ein dichterisches Verständnis für die Poesie der Öde haben. Als sich die Tür zur Wartehalle klingte, flehte ich irgendeine überirdische Macht an, mich nicht in eine Gesellschaft zu lancieren, die über Bierqualitäten, Zufälle im Lotteriespiel oder innere Politik polemisierte. Es war jedoch nur ein einziger Gast anwesend, eine stattliche Baron-Offizier-Lebemann-Erscheinung, die mir gleich durch eine kurze Kopfbewegung zu verstehen gab, dass ich mich zu den unsichtbaren Geistern zählen dürfe. Das war ganz nach meinem Sinn und ich drückte mich selbst in den entferntesten Winkel, gleichfalls ein deutliches Noli-Me-Tangere in meine Züge legend. Der Herr Ober bemühte sich, meine schlechte Stimmung auf den nervösesten Punkt zu schrauben, durch allerhand Schikanen, die ich in vier Humoresken und einer Tragödie zu verwenden gedenke. Dann allmählich schlief er am Zeitungsständer ein und nun war es still in der leeren Halle. Nur ein melancholischer Landregen näselte an den Fensterscheiben. Der Baron-Artige stachte regungslos auf eine Flasche Burgunder, denn ich hatte das Gefühl, dass ich ohne seine Gegenwart ein stimmungsvolles Gedicht verfassen könnte. Die Hände vor die Augen gepresst, um ihn nicht mehr zu sehen, gewahrte ich durch die Fingerspalten, dass er energische und eigentlich mehr zielbewusste als blasierte Gesichtslinien hatte, dass eine breite Narbe an seiner Schläfe nicht übel wirkte und dass er einen pompösen, exotischen Ring trug. Die Einsamkeit ist die Treppe zum Gedankenkeller. Sie ist selbstverständlich wertlos für denjenigen, der unten nichts auf Lager hat. Wer aber sein Fässchen oder gar Fässer, Tonnen dort liegen weiß, meistens die, welche oben nur wenig verzapfen, dem fällt es nicht schwer, die Stunden in dieser erfrischend kühlen Tiefe totzuschlagen. Auch ich wollte mein Fläschchen Spiritus heraufholen, um damit den eingeborenen Zeltinger zu veredeln, den mir das Bahnhofsrestaurant zu Kriegspreisen aufgetischt hatte. Der Baron war wirklich im Grunde ein recht sympathischer Mann. Er schien ebenfalls trübseliger Laune zu sein und saß noch immer wie ich über sein Glas gebeugt, Zigarrenrauch und Asche studierend. Da öffnete sich die Tür. Ein älterer, wettergebräunter Dritter im Jagdkostüm blieb auf der Schwelle stehen. Der Baron bemerkte ihn sofort durch eine kurze Kopfbewegung und zeigte ihm, dass er sich zu den unsichtbaren Geistern zählen dürfe, und ich legte ein deutliches Noli-Me-Tangere in meine Züge. Der Jäger aber bediente sich einer noch überlegeneren Sprache. Er sah sich weder nach dem Baron noch nach mir um, sondern placierte sich mit geometrischer Geschicklichkeit so, dass er uns beiden gleichzeitig den Rücken zudrehte. Die schikanösen Einleitungen des Kellners kürzte er dadurch ab, dass er ihn sehr bald mit Kamel anredete. Ich fühlte mein Dichtermilieu durch einen struppigen Bart, verwegen rollende Augen und eine lokomotivierende Meerschaumpfeife erheblich gestört. Erst als der wilde Mann mit einem Glas heißer Milch gestillt war und das dienstbare Kamel seine Journalecke wieder eingenommen hatte, trat der Status quo ein. Dieses Verhältnis nahm mit der Zeit einen ganz friedlichen Charakter an. Es war, als hätten wir ein stilles Abkommen getroffen, einander rücksichtsvoll zu ignorieren. Der Ofen begann, wie in einer Anwandlung von Mitleid geheimnisvoll zu knistern. In tiefes Sinnen versunken rührten wir uns nicht. Nur wenn der Kellner seine Beinstellung wechselte, hoben sich für einen Moment drei müde Häupter. Dann war wieder alles tot. An was denkt man in solcher Situation wohl? Das wird immer individuell sein. Ich zum Beispiel dachte, ach nein, das ist ja gleichgültig. Jedenfalls wurde unsere Ruhe plötzlich unterbrochen. Es war die seltsame Melodie eines mir unbekannten Liedes, halblaut durch die Zähne gesummt. Ich warf dem Jäger einen vorwurfsvollen Blick zu und beobachtete dann, wie der Baron sich verhielt. Er hatte gleich mir den Kopf erhoben und außerdem eine Zeitung ergriffen, aber ich bemerkte, dass er hinter derselben neugierig den Jäger fixierte. Gleich darauf legte er das Blatt beiseite, leerte sein Glas mit einem nervösen Schluck, trommelte mit den Fingern auf das Tischtuch und stimmte leise pfeifend in das Lied, dasselbe Lied ein. Nun sah auch der wilde Mann auf und schwieg. Der Baron schwieg gleichfalls. Es kam mir vor, als sei ein kleines Vorpostengefecht beendet. Plötzlich erhob sich der Burgunder Herr, trat mit ungezwungen vornehmer Haltung an den Jäger heran und sagte, Mein Herr, erlauben Sie mir die Frage, waren Sie je am Ohio? Ja, erwiderte der andere erstaunt. Und Sie kennen die wilde Miss vom Ohio? The Wild Miss? Etwas wie ein wehmütig glückliches Lächeln fuhr über das harte Jägergesicht. Er hielt dem Frager seine kräftige Rechte hin und dann gab's einen Handschlag, den ich im Leben nicht wieder vergessen werde. Und nun rückten die beiden zusammen und der Kellner wurde aus seinem Presseschlummer gejagt, um Sekt und Zigarren zu bringen. Und dann begannen die beiden zu fragen und zu erzählen. Und dazwischen stießen sie so feurig die Gläser zusammen, dass der Kellner jedes Mal zusammenfuhr. Ich verstand kein Wort weiter von dem, was da besprochen wurde, aber ich glaubte, den Inhalt zu erraten, und das Herz ward mir dabei weit, als sei ich berauscht. Es musste eine köstliche, eine interessante Erzählung sein. Aus dem Leben dieser Männer und das Lied, woran sich beide erkannt hatten, sowie die wilde Miss vom Ohio mussten irgendeine romantische Rolle darin spielen. Leidenschaftliche, gefährlich schöne, vielleicht teilweise sehr traurige Erlebnisse. Ich sah ein einsames Licht aus dem nachtdunklen Ufergebüsch des Ohio blinken. Die wilde Miss stand vor mir, eine herrliche, heißblütige Kreolin mit tiefschwarzen, verführerischen Augen, und ich wob einen spannenden und ergreifenden Roman um sie. Die Augen der Erzähler leuchteten begeistert, ihr Sekt schäumte, und der Zigarrenrauch umlagerte sie wie Nebelwolken, den kühlen, schwarzen Fluten des Ohio entstiegen. Ich aber saß einsam in meiner Ecke und spürte eine so gewaltige Sehnsucht danach, auch Anteil an diesen bewegten Erinnerungen zu haben und hinzugehen und zu sagen, meine Herren, auch ich kenne das Lied, den Ohio und die wilde Miss, darf ich mich zu euch setzen. Glückliche, beneidenswerte Weltmenschen! Noch nie hatte ich ein Alleinsein so bitter empfunden wie in dieser Stunde. Ich fasste den Entschluss, mir auch ohne Belege als Zuhörer einen Platz bei den beiden zu erbitten. Da pfiff etwas, ein Zischen, ein Rollen, der Zug lief ein. Ich habe weder den Jäger noch den Baron wiedergesehen. Die Geschichte der wilden Miss vom Ohio habe ich nie erfahren, aber, wenn ich mich ihres Titels erinnere, habe ich eine hässliche, drückende Empfindung. Es ist das Gefühl des Unbefriedigtseins. Etwas wie, wenn man während einer spannenden Lektüre nach der weggelegten Zigarre greift und plötzlich merkt, dass diese auf unerklärliche Weise abhandengekommen ist. Nein, es ist ein ganz anderes, viel tieferes, trüberes Gefühl. Es ist ein ganz anderes, viel tieferes We可能 ist. tatsächlich布uttseins